Ich weiß gar nicht, was du hast. Zwei Megabyte sind eine Menge. Was läufst du denn davon? Ray, ich sag's dir. Zwei Megabyte sind mehr als ausreichend. Der Fehler steckt im Programm. Unsinn. Gigo. Gigo? Was denn das? Das ist eine Abkürzung. Gaga Input, Gaga Output. Du kriegst nur raus, was du vorher reingibst, nicht mehr. Was will ich denn rauskriegen? Ist da was passiert? Ein Taxi. Ist auf eine alte Rostlaube aufgefahren. Olive. Würde. Gar nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.